Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Romanverfilmungen bzw. Verfilmungen von Bestsellern sind ja immer so eine Sache für sich. Und auch der Schwarm ist dabei keine Ausnahme. Das große ZDF-TV-Event in insgesamt acht Folgen startet am 22. Februar bereits in der ZDF-Mediathek. Wenige Wochen später oder wenige Tage später ist es dann auch in der regulären Ausstrahlung zu sehen. Drei Episoden des Ganzen werden nun aber auch im Rahmen der Berlinale präsentiert. Und wir haben auch schon vorab einige Folgen zur Verfügung bekommen. Und wer sind wir eigentlich? Ich stelle uns mal vor, wir sind nämlich hier heute in einer Dreierrunde, um unsere ersten Eindrücke zu der Schwarm auszutauschen. Er wäre zum einen jemand, mit dem ich schon länger nichts mehr gemacht habe. Und er ist auch mittlerweile in einem anderen Podcast-Projekt tätig. Aber es freut mich sehr, der Torben. Abend. Immer wieder ein Vergnügen, einem Dom zu begegnen. Hallo da draußen. Ja, auf jeden Fall. Und meinen Namen hat man ja schon gehört. Aber wir haben ja noch jemand Dritten hier im Bunde, der auch relativ neu beim Tele-Stammtisch ist. Man hat ihn schon zweimal gehört. Aber ich glaube, wir stellen ihn ja auch heute hier nochmal so ein bisschen richtig vor. Nämlich den David Nabend. Hallo Dom, hallo Torben. Vielen Dank für die Aufnahme. Ja, gerne. Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen überrascht. Also ich habe jetzt gerade auch schon im Vorgespräch zu dir gemeint, dass ich schon lange den Überblick verloren habe über die Redaktion. Weil es ist so ein Kommen und Gehen. Du hast ja jetzt schon zwei Podcasts mit dem Kenny gemacht. Einmal eine ganz normale Kritik und dann eher ein Interview. Du kannst dich jetzt aber nochmal so ein bisschen selber vorstellen. Wo kommst du genau her und wie bist du überhaupt bei uns gelandet? Also der liebe Andy hat mich auf Instagram angestupst, wie man das früher so gemacht hat. Hat gedacht, ob ich denn nicht Bock hätte, mal beim Tele-Stammtisch vorbeizuschauen. Das sagen alle immer falsch. Wieso, was habe ich gesagt? Der Steele-Stammtisch, der verbrecher ist. Das macht jeder einmal und immer zu Beginn seiner Karriere hier. Alles gut. Ja, gut, dass ich dann diese Tradition nicht durchbrochen habe. Ja, weitergeführt. Ansonsten kann man mich hören bei einem anderen kleinen Filmpodcast, Planet der Filmaffen. So bin ich in diese Podcast-Bubble überhaupt reingekommen. Wir haben vor einem Jahr knapp angefangen, zu dritt auch. Also alle guten Dinge sind drei. Quatschen dort über Filme und Serien im Allgemeinen. Nicht so strukturiert wie hier. Schon mal ein bisschen mehr Freischnauze und mit weniger Vorbereitung. Aber macht echt Spaß. Und ist ja toll, was daraus geworden ist, wenn man dann so bei anderen Projekten reinschnuppern darf und mitmachen darf. Ist schon geil. Wir machen das ja auch immer traditionell so ein bisschen kurz und knapp, dass wir jemanden so ein bisschen abklopfen. So auf Vorlieben und Abneigungen. Und ja, es geht hier um Filme und Serien. Hau doch mal ganz spontan raus, weil du ja meintest, dass du eher so ein bisschen locker aus der Hose bist. Was waren so die letzten drei Sachen, die du gesehen hast und so deine Meinung dazu? Kann auch was völlig Altes sein. Die letzten drei Sachen, die ich geguckt habe, ich habe heute ganz frisch geguckt. The Climbers, ein chinesischer Film. Da geht es um die erste Besteigung der Nordseite vom Everest und ein zweiter Film, Summit Addiction oder sowas. Summit Fever. Da ging es auch um die Besteigung von Mont Blanc und keine Ahnung was. Ich bin halt selber so ein kleiner Bergsteiger und deswegen interessieren mich solche Filme, wenn sie rauskommen. Und der ist eines heute erst oder gestern auf Blu-Ray erschienen. Ich dachte, ach komm, den kannte ich noch nicht, habe ich mir das angeguckt. Und ja, die waren leider nicht so dolle. Also mich als Bergsteiger haben es nicht überzeugt. Aber ich gucke sowas dann trotzdem gerne. Ansonsten bin ich auch gerade voll im The Last of Us Thema drin. Da macht ihr ja auch ein schönes Folgenrecap immer. Da höre ich auch immer regelmäßig ständig rein. Und ja, ich bin eher so der Mainstream-Gucker. Ich bin nicht so der Arthouse-Mensch, habe kein Mubi abonniert bei mir. Sonst habe ich jeden anderen Streaming-Dienst, aber Mubi habe ich nicht. Ja, Gruß an den Kollegen, Paul. Ab und an darf es auch Arthouse sein, aber ja, muss nicht. Okay, ja, es klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einer gewissen Stoßrichtung auch so, was so dein Hobby angeht. Ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich auch mal ein paar Jahre Free-Climbing gemacht unter anderem. Wow. Also erst in der Halle und dann auch teilweise draußen. Also in der Halle noch gesichert, aber dann halt immer mehr hin zum Freihändischen. Und es hat auch eine gewisse Faszination. In Filmen ist das manchmal auch schwierig rüberzubringen, glaube ich. Also wenn du jetzt nicht gerade so Dokus hast wie Ohne Limit beispielsweise. Ja, ja, genau. Ja, mir macht das Spaß, sowas zu gucken. Allein schon zu gucken, was haben die für Material, was nutzen die für Helme und sowas. Wie sind die ausgestattet. Aber dann klar, wie sie dann selber klettern. Oder du hast dann so wie heute jetzt bei The Climb was ganz schlechtes CGI. Und du siehst dann, im Grunde genommen machen die nur Greenscreen. Und ja, und ist eher so Bollywood-Style, wenn die klettern. Ist das hier schon ein unfreiwilliges Forboding für der Schwarm, wer weiß. Vielleicht. Weil Faszination der Schwarm. Der Roman, auf dem das Ganze basiert, von Frank Schätzing, ist ja ein wahrer Bestseller gewesen. Wurde in einige Sprachen übersetzt und so und so häufig verkauft. Hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ist ja, glaube ich, wann ist der erschienen? 2004, also fast 20 Jahre lang. So lange hat es gedauert, das Ganze zu verfilmen. Und das ZDF hat sich jetzt nun daran gewagt, als TV-Mehrteiler auch mit, ja, internationaler Besetzung. Und vor allem auch einem prominenten Produzenten dahinter, nämlich Frank Dölger. Der ja nichts Geringeres produziert hat, als die HBO-Erfolgsserie Game of Thrones. Und das macht sich hier auch durchaus mitunter in der Besetzung bemerkbar. Aber vielleicht erst mal ein Hinblick auf die Vorlage. Wir haben ja uns bemüht, hier so eine Kombi im Podcast zusammenzukriegen, die zum einen aus Leuten besteht, die es gelesen haben. Und welchen, die, ja, jetzt einfach nur ganz normal die Serie gucken. Wo rät ihr euch denn da so ein, Torben? Vielleicht fangen wir mit dir an. Ich bin auf jeden Fall Fan des Buches, obwohl ich es sehr viel später erst kennengelernt habe. Hab mir auch damals das Hörspiel geholt, was übrigens auch sehr zu empfehlen ist, obwohl es auch knapp zehn Stunden geht. Aber auf längere Autofahrten ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen, gerade in Hinsicht auf mehrere Stimmen, Effekte und so weiter. Als ich dann so ein tausend Seiten Ding um die Ohren zu hauen, das natürlich auch seine Längen hat. Aber ich bin definitiv Kenner und Fan des Buches. Und David, bei dir weiß ich, dass du es gelesen hast, aber dass es wirklich einige Jährchen her ist, um es mal gelinde zu formulieren, oder? Genau, es ist ja 2004 erschienen, das Buch. Und kurz danach habe ich es auch gelesen, also das ist auch schon 18, 19 Jahre her. Ich bin darauf eben aufmerksam geworden, weil ja damals auch dieser Tsunami da in Thailand war, der sehr schlimm war. Und einige Deutsche hatten damals berichtet, sie sind diesem Tsunami nur entkommen, weil sie der Schwarm gelesen haben. Und das hat mich neugierig gemacht. Und so bin ich überhaupt zu Frank Schätzing gekommen und dann auch zum Buch. Ich habe aber nicht mehr dann so detaillierte Erinnerungen dran gehabt, aber ich habe mich schon immer auf eine Verfilmung gefreut, weil er ja schon so ein Hollywood-Schreiberling ist, sage ich mal. Ja, bei mir war es gar nicht mal so unähnlich. Ich bin eher darauf gekommen und leider durch einen ganz fürchterlichen TV-Film, nämlich irgendein Quatsch mit einem Tsunami in der Nordsee, ich glaube von ProSieben oder so war das, ich weiß es nicht mehr. Boah, ja, ich weiß, was du meinst. Genau, und dann, da war dann, ich glaube davor nicht irgendwie, also zu der Zeit habe ich doch ProSieben geguckt, und da war irgendwie so ein Galileo-Spezial dazu dann, wo dann auch immer wieder über den Roman eben der Schwarm gesprochen wurde. Und ich weiß auch noch, das war ein total bescheuerter Beitrag, wo dann irgendwie erst mal eine Dreiviertelstunde erzählt wird, ja, das könnte wirklich passieren, ja, das ist total wahrscheinlich, oh mein Gott, dann kam die Werbung, dann kamen die letzten fünf Minuten, ach ja, also irgendwie ist es ja doch ziemlich weit hergeholt, ne? Also es ist so, naja. Ja, das war die Zeit an dieser ganzen ZT, nee, nicht ZTF, aber diese ganzen Sat.1 ProSieben-TV-Zweiteile von die Luftbrücke über den ... Ja, ja, High-Alarm. ... die Dresden, den größten Dreck, den ich jemals gesehen habe. Oder die Sturmflut, Tsunami, das war alles so, so diese Zweiteiler, die dann mal so eine Weile kamen. Mhm. Ei, 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 schwierig, schwierig. Ja, das wirkte so ein bisschen wie die hier in Deutschland verspätete Nachzügler-Generation im Fernsehen von dem, was Hollywood halt so Anfang der 2000er gemacht hat, ne? Als die CGI-Effekte so langsam salonfähig wurden und, ach ja, wir machen jetzt erst mal Katastrophenfilm nach Katastrophenfilm. Ja, aber um Frank Schätzing frei zu zitieren, diese Verpilcherichung von eigentlich interessant klingenden Stoffen eben. Das war genau das, das ist die perfekte Beschreibung eigentlich. Ja, das stimmt, das habe ich mir auch gedacht, als ich es euch gelesen habe. Ja, das wird wahrscheinlich einigen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen bekannt vorkommen. Rosamunde Pilcher. Genau, es ist im Moment so eine kleine, ja, ich würde es nicht sagen PR-Schlacht, aber so ein bisschen so ein Schlagabtausch in den Medien, denn Frank Schätzing hat sich ja zu der Verfilmung geäußert, an der er ursprünglich beteiligt war, dann aber ausgestiegen ist. Und das Ganze hat auch schon eine längere Historie, weil das Buch sollte eigentlich relativ schnell schon vor die Kamera kommen beziehungsweise, ja, auf die eine oder andere Art eben umgesetzt werden. Ich glaube schon 2009, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Unter anderem auch wirklich mit Namen wie Ridley Scott dabei, ne? Ja, genau, der war mal angedacht. Es hatte sich ja damals niemand Geringeres als Juma Furman. Ja, diese Juma Furman, die mit Tarantino auch Kill Bill gemacht hat und so weiter, die hatte sich teilweise sogar über eine lange Zeit sogar die Buchrechte gesichert. Also war Hollywood eigentlich schon dran an dem Stoff und dann kam lange nix und immer mal wieder sickerte was durch. Aber leider nie was Handfestes. Ja, leider. Und es ist eigentlich sehr schade, nachdem das Buch auch in fast 30 Sprachen übersetzt wurde, dass es dann eher wieder in Deutschland gelandet ist. Irgendwie war ich auch ein bisschen zuversichtlich, weil gerade die Deutschen in Bezug auf Serien immer wieder gezeigt haben, dass sie da schon Mut haben, siehe Babylon Berlin, siehe Dark und 1899. Das sind zwar, gut, die sind zwar Netflix-Produktionen. Aber es geht doch, wenn da mal Netflix drei Euro auf den Tisch legt, dann klappt sie auf einmal. Warum denn nicht mal öfter, Leute? Aber trotzdem, ich war zuversichtlich. Und ja, nach den ersten drei Folgen, da schwärzt man gleich drüber. Ich hatte mir ja auch gedacht, als es hieß, es wird jetzt doch eine Serie draus, dachte ich erst, ach, ist eigentlich ganz gut, weil der Stoff ist ja schon relativ komplex und das Buch ist nicht gerade dünn. Dachte ich, vielleicht passt da der Serie auch besser, weil das jetzt in so einen zwei- bis drei-Stunden-Film alles reinzupacken, wäre vielleicht dem Buch auch gar nicht gerecht geworden. Nee, Serienformat war schon in Ordnung, dass sie das so gemacht haben. Und als es dann hieß, dass ZDF macht das, dachte ich, na gut, die haben ja auch genug Geld eigentlich. Und es ist ja wohl jetzt auch die teuerste deutsche Mitproduktion einer Serie. Ja, hat mit 40 Millionen Dollar oder Euro verschlungen. Ist ja auch eine internationale Koproduktion tatsächlich von mehreren Ländern. Die alle auch schön im Vorspann erwähnt werden. Genau, der Vorspann der gefühlte 100 Jahre dauert eben viel aufgrund dessen. Also weiß ich nicht hier, Frankreich ist beteiligt, Italien, ORF, SRF, Japan unter anderem auch. Also ist schon eine wirklich schwergewichtige Produktion und das spiegelt sich auch durchaus in der Besetzung wieder, auch wenn wir jetzt nicht so ganz große Namen haben. Doch wir haben Klaas Häufer-Umlauf. Wir haben Oliver Masucci, den wir auch immer wieder kennengelernt haben und den ich übrigens auch ganz gut finde. Den seh ich auch sehr, sehr gerne, ja. Ich bin gespannt, ob er noch ein bisschen mehr zu tun bekommt. Er hat zumindest mehr zu tun als Klaas Häufer-Umlauf, aber da kommen wir gleich vielleicht zu. Und vor allem eben auch mit, ja, einem wirklichen Namen wie Frank Dölger, bei dem ich irgendwie immer denke, dass es ein Deutscher ist. Ja, dachte ich auch erst. Ist ja langjähriger Produzent von Game of Thrones. Die ganze Produktion, also es sollte ja schon ... Wann wurde das angekündigt? Ich hatte jetzt nachgelesen, ich glaube, im August 2018 hatte das ZDF in Kooperation mit Schätzing das Ganze angekündigt. Ist auch zwischendurch verschont worden durch das Böse C, aber ja. Genau, genau. Dann kam das Böse C und der Drehbeginn verschob sich dann auf den Jahresanfang 2021. Und zwei Jahre später können wir das Ganze nun sehen, beziehungsweise fast, ja, zwei Dekaden nach Veröffentlichung des Romans. Äh, der Roman, äh, wie David ja auch schon erwähnt hat, der wirklich alles andere als einfach zu lesen ist. Also, es ist lange her bei mir. Ich glaube, ich war damals auch ein bisschen zu jung dafür. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und, äh, ja, der ist schon ... Also, es ist ja wirklich ein Klopper von über tausend Seiten. Und das ist ja auch sehr, äh, ja, wissenschaftlich geschrieben einfach. Also, es lässt sich nicht einfach lesen. Und David, du meintest ja auch, glaube ich, schon mal zu mir in einer unserer Vorkonversationen auf Discord, dass, äh, du einige kennst, die da auch mal ein paar Seiten geskippt haben. Ja, ja. Also, das ist wirklich schlimm bei dem. Also, das hat ja auch so einen internen Namen, Frank Schwetzing, ne? Also, wird ja wirklich alles beschrieben bei ihm. Ich mag das eigentlich. Ich mag so wissenschaftliche Romane. Also, so Michael Crichton zum Beispiel. Ja. Ist ja auch so ein Kandidat, der das sehr gut macht. Und Frank Schätzing war da ja so ein bisschen auch in dieser Nische drin. Und, äh, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat ja fünf Jahre für dieses Buch recherchiert. Und er hatte einfach keine Lust, seine Recherchen irgendwie zu kürzen, sondern hat einfach alles reingepackt. Also, der hat das, glaube ich, dann gar nicht mehr sortiert. Ja. Und er hat das einfach mit ins Buch reingeschrieben. Ja, so wirkte das auch immer so ein bisschen auf mich. Auch teilweise, äh, etwas überladen. Also, ich meine, er hat ja irgendwie, äh, hast ja schon gemeint, vier, fünf Jahre recherchiert. Und, äh, dann, glaube ich, ganze zwei Jahre daran geschrieben, was auch schon echt lang ist, ne? Aber der muss wirklich geschrieben haben wie ein Wilder. Ja. Ähm, und es hat sich ja schon wirklich ausgezahlt. Also, das Buch, das hat ja international wirklich einen gewissen Ruf. Ähm, und, äh, über Schätzing Schreibstil kann man jetzt sicherlich streiten. Ich, äh, kann auch mal ganz am Rande erwähnen, ich habe Frank Schätzing tatsächlich kennenlernen dürfen. Äh, vor sieben, acht Jahren, wo ich mal, äh, Jahrespraktikum in der Buchhandlung gemacht habe. Und, äh, da war Frank Schätzing dann einmal zugegen für eine Signierstunde. Und ohne das jetzt so weit auszuführen, aber ich habe den als nicht unbedingt wahnsinnig sympathischen Zeitgenossen in Erinnerung. Ja, ja, genau. Also, ich habe den ein paar Mal auch in Interviews und so Fernsehsendungen gesehen, weiß nicht, Plassberg oder keine Ahnung, wo er so überall war in so Talkshows. Mhm. Und da kommt er wirklich ein bisschen arrogant auch rüber, so ein bisschen so hochnässig. Ja, das war so mein Eindruck. Ja. So ein bisschen, äh, besserwisserisch auch. Ja, was jetzt auch so gerade wiederkommt, äh, so jetzt halt im, äh, digitalen Blätterwald, was so seine Äußerungen zu der Serie ja angeht, ne, beziehungsweise seine grundsätzliche Unzufriedenheit, die ihn dann ja wohl dazu gebracht hat, auszusteigen. Ja. Aber Stichwort Serie, stürzen wir uns doch mal darauf. Wir haben jetzt die ersten drei Episoden bereits intus. Und ja, was sind so unsere Eindrücke dazu? Wir versuchen, das können wir jetzt, äh, euch da draußen garantieren, wir versuchen hier relativ spoilerfrei zu bleiben. Äh, in den Trailern war allerdings auch schon einiges zu sehen und, ja. Vielleicht erst mal kurz zusammenfassen, worum geht's denn so grobe? Du bist in der Rolle von verschiedenen Forscherinnen und Forschern. Unter anderem eine der Hauptrollen ist Leon Anowak, der durch merkwürdige Vorkommnisse zu einem Expertenteam gerufen wird. Es beginnt damit, dass ein toter Orca nämlich an dem Strand gefunden wird. Und es häufen sich immer mehr mysteriöse Vorfälle, in der die Meeresbiologie sich immer mal wieder mit dem, ja, mit dem Menschen misst. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, was da jetzt im Detail mit wem passiert oder mit was. Aber das Ganze geht schon in, äh, sehr schnell Richtung Mystery-Thriller mit hier und da auch ein paar kleinen, feinen Horror-Einlagen. Auf jeden Fall hat's Potenzial zu Horror. Und Side-Fiction wird auch eine große Rolle spielen, weil es wird auch teilweise sehr wissenschaftlich in der Serie. Ja, es wird sehr wissenschaftlich, wobei die natürlich nicht so ausladend und ausufernd sein kann wie das Buch, was man auch verstehen kann. Also ich muss sagen, hätten sie das so umgesetzt, ach du Scheiße. Ja. Also das ist da, ich, also ich kann mich ganz dunkel erinnern, in dem Buch sind wirklich erschlagende Monologe auch, glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Also die Serie fängt so ein bisschen an wie so ein typischer Roland Emmerich-Katastrophenfilm. Das dachte ich mir auch. Man hat eine Katastrophe, man hat da eine Katastrophe, man hat verschiedene Handlungsstränge, verschiedene Charaktere, die am Anfang erstmal nur so ein bisschen lose oder gar nichts miteinander zu tun haben und irgendwann werden die Fäden ja dann zusammengesponnen. Wobei, so weit ist man nach Folge 3 noch nicht. Also das sind immer noch lose Enden. Ja, das fand ich auch ein bisschen. Und die, also wer jetzt das Buch kennt und das guckt, die Reihenfolge dieser Katastrophen ist ein bisschen anders als im Buch, also in einer anderen Reihenfolge. Und es gibt ja auch einen Charakter, den es im Buch so gar nicht gibt, diese Charlie, die ist wohl so ein Mixture aus zwei anderen Charakteren oder Anleihen davon, weil es den Charakter dann trotzdem gibt, aber sie macht nicht das, was sie im Buch macht, sondern in der Serie ein bisschen was anderes. Also man hat wohl versucht, das Buch ein bisschen, die Serie ein bisschen auch zu verjüngern. Es ist nicht nur sie, also allein, wir sprachen ja eben gerade auch von Klaas Heufer-Umlauf, der ja auch in der Rolle von Lufa Rockwitz, Roschwitz, glaube ich, wird die Rolle ausgesprochen. Der ist der Leiter einer technischen Abteilung, die unter anderem diese Tauchvorgänge mit diesen U-Booten überwacht, wenn sie sich da die Meeresflora und Fauna von unten mal angucken. Und dem sein Charakter ist auch eine reine Serien-Dazuschreibung. Das hat aber auch der Regisseur gesagt, ich glaube, Philipp Stölzl war es oder was? Oder Luke Watson vielleicht auch. Oder Luke Watson, genau. Das war jedenfalls nicht Barbara Eder. Aber die wollten es eben möglichst auch breit fächern, weil sie sagten, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das Buch kennt. Ist ja auch an und für sich richtig. Da beißt sich halt die ewige Diskussion, Vorlagentreue, wie lange und wie fern ist es konform, sich da von der Vorlage zu entfernen. Ja, das wird man sehen, wenn man dann das Gesamtwerk gesehen hat, was dann die einzelnen Charaktere, auch die dazugeschriebenen, was mit denen noch veranstaltet wird. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir uns ja schon ein bisschen dazu geäußert, dass die Kritiken bisher so ein bisschen durchwachsen sind. Also sind jetzt nicht erschlagen gut, aber auch nicht vernichtend schlecht. Es ist eher so, ja, man würde fast schon sagen, typisch deutsche Produktion eben leider. Ja, also es hat so einen Dokutainment-Anstrich. Es wirkt wie so eine überlange Terra-X-Folge mit genau der Synchronisation und den Schauspielern. Nein, es fehlt mir Harald Lesch. Wo man versucht, wahre Ereignisse irgendwie nachzuspielen. Dafür fehlt mir mein Sonntags-Terra-X-Onkel Harald Lesch einfach. Immer nicht mehr Joachim Bublath. Aber gerade, wo ihr Gesamtwerk gesagt habt zur Serie, wisst ihr denn, ob die Serie zu Ende ist nach der achten Folge? Denn ich habe irgendwo gelesen, es könnten bis zu vier Staffeln werden. Ja, wahrscheinlich. Weil einerseits denke ich mir jetzt gerade, okay, wenn es nur acht Folgen sind, dann geht es zu langsam voran jetzt in der Serie. Aber wenn es vier Staffeln, dann geht es mir schon fast zu schnell voran. Spannend. Also, dass es jetzt vier Staffeln werden, wäre mir auch neu. Ich hätte auch geglaubt, dass das nach acht Staffeln, äh, acht Staffeln, um Gottes Willen, acht Folgen hier eben beendet ist. Und dass sie dann einfach sehr, sehr viel weglassen, was wir auch schon im Vorfeld angesprochen hatten, ne? Hashtag Frank Schwetzing. Und, ähm, irgendwelche Rituale mit U-Einwohnern. Keine Ahnung. Aber, ja, ich, höre ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich, dass das mehrere Staffeln sein sollen. Warum nicht? Ich bin nur gespannt, wie sie es dann machen wollen, wenn schon die erste so ein bisschen was auf den Deckel kriegt. Nicht, dass das Ganze so ein, so ein One-Way-Ticket ist wie 1899 bei Netflix. Die übrigens gar nicht mal so verkehrt war, aber na gut. Ja, gut, da ist dann, da bei Netflix spielt halt mittlerweile auch, äh, was man so hört, äh, stark rein, ob die Leute, was auch, äh, durchbingen, ne? Und nicht irgendwie nach zwei, drei Folgen schon abspringen. Ja. Äh, das war wohl so ausschlaggebend. Äh, hier in der ZDF-Mediathek wird es sich dann ja zeigen. Äh, ja, David, ähm, ich will mal das aufgreifen, was du gerade eben meintest, so generell der Look des Ganzen. Also, ich würde nicht sagen, dass es billig aussieht, aber es hat so einen gewissen, es hat so einen gewissen TV-Sticken irgendwie. Und der verschwindet nicht. Also, es sieht, ähm, das hatte ich, glaube ich, sogar auch zu dir mal im Vorhinein auch auf den Discord gemeint, im Hinblick auf den Regisseur Philipp Stölzel, äh, der jetzt lustigerweise hier noch gar nicht, äh, zum Zuge kam in den Folgen, die wir gesehen haben. Aber der hat ja vor ein paar Jahren Der Medicus gedreht. Und der war auch so ein Film, da dachte ich mir, der sieht, der sieht nicht gut genug aus fürs Kino, aber der sieht zu hochwertig aus fürs Fernsehen. Also, irgendwie so in so einem gewissen Niemandsland und da würde ich die Serie ehrlich gesagt auch ansiedeln irgendwo. Ja. Das, also, ja. Wo sie punkten kann, sind so Landschaftsaufnahmen, immer wenn es echt ist. Mhm. Aber da weiß ich auch oft nicht, manchmal wirkt das, als wäre das so Stock-Footage, als hätten sie es jetzt nicht extra für die Serie gemacht, sondern irgendwie für irgendeinen anderen Beitrag, so Stock-Footage, wenn sie irgendwo am Nordkap oder, keine Ahnung, irgendwie eine Drohnen-Shot zeigen, dass das, dass das nicht extra für die Serie gedreht worden ist, so wirkte das manchmal. Und das ist immer dann schlecht, wenn, ja, Meeresbewohner mitteilnehmen oder es im Wasser stattfindet oder auf einem Boot oder. Das ist immer ein bisschen sehr, sehr schade. Ja. Das wirkt dann nicht mehr so hochglanzmäßig und da fragt man sich schon, wo sind die 40 Millionen hingegangen? Nein, denn Frank Döckler oder Deckler, der hat ja selber noch gesagt, er musste aus Kostengründen auf seine Wunsch-Schauspieler verzichten. Mhm. Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Hat er auch gesagt, welche das waren? Nee, das steht jetzt hier nicht. Okay. Wo er da vielleicht noch mehr von Game of Thrones rankarren. Naja, die Frage ist halt, was hätte ein besserer Cast besser gemacht? Gut, die können ja auch im Endeffekt nur das dann wiedergeben, was im Textbuch steht. Mhm. Die Schauwerte und das ist, glaube ich, alles oder zumindest vieles, was diese Serie tragen wird und auf die das Augenmerk auch liegen wird. Gerade, wenn so eine Zahl wie 40 Millionen dahinter steht. Und wir alle zumindest als Buchkenner Kopfkino haben, wenn wir an manche Sachen denken und immer im Kopf dann so ein Abgleich abläuft. Das ist einfach so ein Mechanismus, den kann man nicht ausschalten. Ja, das stimmt. Und dann taucht hier, das ist jetzt kein großer Spoiler, das sind die ersten fünf Minuten so ein Buckelwal auf. Und das Ganze sieht halt schon ein bisschen aus, okay, das könnt ihr doch hoffentlich noch besser. Also da kommt noch was auf uns zu. Und ja, das sah dann teilweise ein bisschen sehr, ja, unglücklich aus, sag ich mal. Es wirkte, als hätte so eine Klasse aus einer Filmschule da die Effekte gemacht, ohne jetzt einer Filmschule zu nahe treten zu wollen. Die können das nicht sehr gut. Aber so wirkte das manchmal. Ja, auch mit dem, also wo es mir auch sehr negativ auffiel, war bei dem, Torben hat es ja schon in der Zusammenfassung erwähnt, dieser Orca am Strand. Ja. Und das hatte irgendwie, also halt, dass sie auch überhaupt nicht irgendwie so wirklich interagieren mit dem. Da merkst du ganz genau, der ist halt reingerendert. Und ach, das wirkte nicht so natürlich. Und ganz schlimm fand ich auch dann eben eine Szene mit, die ihr gerade schon angedeutet hattet, mit dem Buckelwal und dann auch mit so einer Slowmotion. Und dann dachte ich mir so, das ist echt so die Discount-Variante dessen, was man gerade im Kino mit Avatar The Way of Water sehen kann. Das habe ich mir halt auch gedacht, so ein Wegen, ich sah das in Avatar und dachte mir, ich weiß, woher ihr das habt. Und das wird da nicht so geil aussehen, wie bei euch gerade. Ich weiß, wo der James Cameron diese Idee hat wahrscheinlich, weil der halt so ein Typ ist, dem traue ich das zu, dass er das gelesen hat. Das würde ich ihm auch zutrauen. Das wäre vielleicht eigentlich sogar ein Stoff für ihn gewesen, ne, irgendwie. Absolut. Weil, ähm, stimmt sogar. Weil, ähm, der ist ja sehr, äh, sehr, äh, Meeresbiologie. Der ist ja Meeresforscher. Der war ja schon bei der Bismarck unten und auch bei der Titanic. Also, und hat nicht umsonst den Titanic-Film gemacht und nicht umsonst spielt der zweite Avatar auch unter Wasser. Also, der Mann hat ein Faible für sowas. Vielleicht hat er einfach nur die Rechte für Der Schwarm nicht bekommen. Wahrscheinlich, ja. Da war Ridley Scott schneller damals. Ähm, ja, kommen wir vielleicht mal zur Besetzung. Ich hatte ja schon gesagt, die ist ja sehr international und, ähm, wohl auch deutlich diverser als im Roman. Natürlich. Also, ihr hattet ja schon erwähnt, äh, äh, ich meine, das Buch ist 20 Jahre alt. Und man muss das natürlich auch ein bisschen in die Neuzeit heben. Also, man hat wirklich verschiedenste Ethnien dabei, äh, find ich jetzt gar nicht so schlimm, weil das Ganze hat ja, äh, durchaus auch internationale Tragweite, ne? Also, auch innerhalb der Handlung. Also, es hat mich jetzt gar nicht so weit, äh, gestört. Frank Schätzingen ist das ja schon irgendwie ein Dorn im Auge, wie ich es jetzt gehört habe. Wie seht ihr das? Ähm, puh. Also, es stört mich nicht, tatsächlich. Also, es ist mir natürlich schon sofort aufgefallen, denn ich hatte das Buch schon so ein bisschen so, ne? So weißer Mann, Hauptcharakter. Nö, ähm, Anowak wird beschrieben als Ureinwohner. Der ist kein weißer. Ja, ja, aber, aber... Sie haben sogar noch ein paar weggelassen. Es fängt ja, äh, das Buch fängt ja an quasi mit diesem deutschen, äh, Meeresbiologen, der, äh, der da so die ersten Anomalien mitentdeckt. Und hier ist es, fängt es ja mit einer Frau an, mit einer Rothaarigen. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Charlie Wagner. Die spielt von Leonie Bennisch, glaube ich. Genau, Leonie Bennisch. Und ansonsten hat man natürlich das ja aufgrund der Nationalitäten, die das ja auch alles sponsern und bezahlen, halt von, von allem irgendwas drin, ne? Ja. Wir haben ja auch vorgelesen, dass, äh, Japan da ja geldmäßig mitmischt, also hast du natürlich auch aus dem asiatischen Raum asiatisch-stämmische Schauspieler noch dabei. Das hat mich aber so nicht gestört, weil das Thema an sich ist ja ein weltumspannendes Thema. Ja, eben. Dann erwarte ich das auch, dass, äh, von allem was dabei ist. Das ist, glaube ich, aber auch immer so die, da, wo sich der, der gute Wille immer einen Schwanz beißt. Ich habe kein Problem damit, wenn die Leute, obwohl sie jetzt einen nordischen Namen haben, wie jetzt ein Sigurd Johansson, wenn er das dann halt ein dunkelhäutiger Charakter ist. Meine Güte, warum nicht? Ich meine, wir reden hier von fiktiven Charakteren, also können sie auch dargestellt werden. Also, wie gesagt, hö, im Buch sieht der aber anders aus und da ist er nicht so. Ja, weißt du, was er auch nicht ist? Ideal. Also können den doch, also können den doch auch anders darstellen, als wenn er, als wie er beschrieben wird. Mir geht's um den Inhalt. Und da beißt sich halt bei Cast-Sachen oftmals die Katze echt den Schwanz, wo du talentierte Darsteller hast. Aber das Augenmerk nur auf Divers gelegt wird, aber der Inhalt teilweise sehr, sehr lose. Siehe jetzt die letzte Witcher-Serie, die da jetzt auf Netflix gezeigt wurde. Und Inhalt egal, Hauptsache der Cast Divers. Und wenigstens kann ich hier noch sagen, der Schwarm hat Potenzial, der hat Inhalte, der hat Sachen. Und da ist es wurscht, wie die Hauptcharaktere aussehen. Denn Hauptsache, sie verhalten sich logisch und nachvollziehbar oder zumindest getreu dessen, dass es auch in der Gesamthandlung Sinn ergibt. Was für mich dann eher so ein Problem ist, man muss ja dazu sagen, wir haben ja, also wir haben ja insgesamt sechs Folgen bekommen. Besprechen tun wir jetzt aber hier nur drei. Und was mir aufgefallen ist, also wir haben ja nur die deutsche Synchro bekommen. Bis zu, ich glaube, bis Folge vier sind die Folgen schon synchronisiert gewesen. Und, ach, da ist, das ist wirklich immer ganz schlimm, wenn du deutsche Darsteller in einer internationalen Produktion hast, die sich dann aber wiederum selber synchronisieren. Und da gibt es dann. Kommt drauf an. Ja, aber also hier ist es, hier ist es echt so, du hörst halt ganz genau raus, dass diese Leonie Bennisch sich einfach selber nachsynchronisiert hat. Und es klingt einfach nicht so professionell wie bei ihrem Gegenüber, der halt von einem, ja, geschulten Synchronsprecher, äh, vertont wird. Eben, weil deutsche Schauspieler halt oft mal das Til-Schweiger-Syndrom haben. Die kriegen die Zähne näher auseinander und sprechen dann eher so, dass du dich fragst, das hält er ja nicht gerade von mir. Und, äh, da merkst du einfach, dass viele von denen keine Sprachausbildung haben. Aber hör dir mal an Oliver Massucci an, da merkst du halt, dieser Mensch kommt vom Theater und ist ja auch, ich glaube, beim Wiener Burgtheater-Ensemble. Und der hat eine so tolle Stimme und da macht's wiederum richtig Spaß, den auch in den Originalton zu hören, also wenn er sich auch selbst synchronisiert. Bei einem Klaas-Weifer-Umlauf hörst du wiederum, dass das ein Synchronsprecher ist. Aber da ist es mir auch lieber, wenn sie da jemanden rankarren, der es auch kann, als dass du wieder mal nur so eine, so eine Fernsehnase hast, die, wie gesagt, die Zähne nicht auseinander kriegt. Aber der spricht sich schon selber, der Klaas, oder? Ja, ich meine, der spricht sich selber. Ja, tut er. Er klingt nämlich anders, als ich's gedacht hab. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber er klang auch recht hölzern. Er hat ja nicht viel Text. Äh, gelinde gesagt, ja. Also, bislang sitzt er eigentlich nur vor einem Computerbildschirm, reagiert und sagt zwei Sätze. Ja. Na gut, wenn er's selber macht, dann ist in Ordnung. Mal gucken, was er in der Rest der Serie noch zu tun hat. Also, klar, das kann zwar noch zunehmen, aber bislang find ich die Rolle von ihm ... Also, ich mein, ich gönne ihm das, dass er in so einer großen Produktion drin ist und er hat ja auch schon öfter mal irgendwie Schauspielallühen gezeigt. Aber bislang find ich's echt ein bisschen undankbar, muss ich sagen. Ich find auch jetzt ... Klar kenn ich das Buch und ich weiß, wie viele Charaktere da vorkommen, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass man das für die Umsetzung ein bisschen verschlankt. Ne, ein paar Leute mehr zusammenfasst, wie man's ja oft so hat, dass aus fünf Charakteren dann einer wird oder so. Genau, ja. Ja, weil es war mir jetzt tatsächlich schon fast so kompliziert. Jetzt können die Zuschauer, können die Serie ja innerhalb von vier Tagen durchbingen auf ZDF. Also, jeden Tag zeigen die ja zwei Folgen. Ich hab jetzt die im Stream geguckt und auch tatsächlich mal so eine Woche vergehen lassen, bis ich Folge drei dann angeschaut habe. Und es war für mich total verwirrend. Ich musste dann nochmal überlegen, okay, wie hatte das eigentlich angefangen? Wer von denen kümmert sich gerade um was? Weil das ja alles immer zu zersplittert ist. Das war mir tatsächlich schon wieder zu kompliziert. Es gibt auch aktuell keinen Charakter, mit dem ich jetzt irgendwie monstermäßig mitfieber. Nur dadurch, dass ich das Buch kenne, weiß ich, okay, der und der entwickelt sich wahrscheinlich noch so und so und der wird sich als Hauptcharakter herausstellen oder mit der Hauptcast sein. Aber für einen, der das Buch nicht kennt, ich glaube, da gibt's jetzt niemanden, mit dem man so richtig super mitfiebern kann. Die haben alle immer ganz kurz Screentime in irgendeiner Folge, weil sie versuchen, alles reinzupacken. Jeden Strang, der kommt immer irgendwie vor. Es ist nicht so, dass man mal eine Folge hat, da geht's nur um den einen Part und dann der nächsten dann um den anderen Part und dann wird's irgendwann mal zusammengeführt in der dritten Folge. Sondern nee, in jeder Folge, hab ich das Gefühl, kriegt jeder sein Kuchenstück. Und das macht das so verwirrend und das macht es auch so schwierig, mit jemandem mitzufühlen. Und so richtig Charakterentwicklung ist da jetzt auch nicht groß. Man erfährt jetzt wenig Hintergründe oder so, sondern die sind da in ihrer Situation. Und das war's. Ja, das wird insbesondere dann ab einer der drei Folgen sichtbar, wo halt, Überraschung, es wird Cliffhanger geben, etwas mit einem Charakter passiert. Und ja, du einfach dich fragst, wer war das nochmal? Genau, ja. In welchem Verhältnis stand der dann zu den anderen Leuten? Also du connectest nicht mit denen. Deswegen ist dir dann auch egal, was mit denen passiert. Also wir können davon ausgehen, dass wir uns auch ein paar von einigen Charakteren verabschieden werden innerhalb dieser Serie. Ja. Aber ja, wie gesagt, ja. Vor allem werden diese Anomalien halt eben nicht innerhalb einer Folge aufgeklärt, sondern in irgendeiner anderen Folge. Dann wird dann irgendwas kurz erzählt, wieder wissenschaftliches Zeugs, das sie sich zusammengesponnen haben, eben aus dem Buch dann heraus, um zu erklären, wieso, weshalb, warum. Und dann dauert es aber nochmal 20 Minuten später, bis sie zur Erkenntnis kommen. In der Zwischenzeit haben wir aber schon wieder eine andere Anomalie verfolgt und die Aufklärung davon. Man kommt komplett durcheinander irgendwie. Da hätte ich es einfach schöner gefunden, wenn man weiß, wenn es jetzt wirklich vier Staffeln werden, hätte man sich tatsächlich irgendwie mehr Zeit nehmen können. Oder man hätte das im Schnelldurchlauf irgendwie gemacht. Ja, man hätte es vielleicht irgendwie ein bisschen kompakter und vielleicht auch … Strukturierter auch. Ja, also unstrukturiert würde ich es nicht sagen. Es ist … Ich war einfach echt erstaunt. Ich meine, ich habe jetzt wirklich gestern alle drei Folgen in einem Streifen geguckt und ich war echt erstaunt, wie … Ich sage es ganz ehrlich, ich habe es eine Dramaturgesträge, das echt schon ist. Ja. Also, und dann hast du halt das Gefühl, dass sie dich dann doch irgendwie bei der Stange halten wollen, indem dann in den letzten zehn Minuten dann wirklich mal zumindest was Handfestes passiert und nicht einfach nur über irgendwas geredet wird und nicht so wirklich gezeigt wird. Da merkst du halt auch die Limitierung trotz hohen Budgets, dass sie gewisse Dinge einfach nicht so wirklich präsentieren können. Und das, was sie präsentieren, ist dann visuell so ein bisschen zwiespältig. Aber nee, das hat mich echt gewundert. Also, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man sich irgendwie Zeit nimmt, auch erstmal für die Figuren. Aber teilweise hast du wirklich das Gefühl, dass es nicht vom Fleck kommt. Ja. Ja, manchmal haben sie dann auch irgendwie so komische Szenen drin, wo du denkst, warum jetzt? Da gibt es ja eine kurze Szene, wo eine da im Restaurant dann an ihrem Laptop da dann mit ihrem Freund oder wer auch immer das ist, dann auf einmal isst, aber gleichzeitig einen Anruf kriegt und denkst du, wieso ist die jetzt da auf einmal? Wer ist das? Warum ist dieser Freund auf einmal da? Warum unterhalten die sich jetzt beim Essen, dass sie doch aufhören soll, am Laptop zu arbeiten und so? Und du denkst dir, hä? Hä? Und dauert auch wieder so gefühlt fünf Minuten, wo man nichts erfährt, außer dass sie halt zu viel arbeitet, was ja vorher schon klar war. Du hast auch den Eindruck, dass da so gewisse Figuren, ich meine, das sind alles Wissenschaftler und die reden da teilweise über wirklich belanglosesten Beziehungsquatsch. Also teilweise kam ich mir fast ein bisschen vor wie bei der Crew der Prometheus oder, oder weiß ich nicht, der hier Alien Covenant. Also ganz so schlimm nicht. Da waren sie wenigstens verheiratet, da hätte es noch Sinn gemacht, mal über ihre Beziehung zu reden, aber ja, ist ja hier eher nicht so. Das ist so, also da ist zum Beispiel eine Figur, ich glaube, die ist auch mit einer Asiatin besetzt, deren Name habe ich jetzt schon wieder eh vergessen. Wirklich, also die hat eigentlich so, was ihr wissenschaftliches Metier angeht, hat die keinerlei, ja weiß ich nicht, irgendwie wirklich mal kluge Dialoge. Und manche Dialoge wirken auch echt hölzern. Also da war ich schon ein bisschen ernüchtert. Also ich meine, der wissenschaftliche Kontext ist ja nicht uninteressant, obwohl man das auch merkt. Und also ich meine, das Buch ist bei mir jetzt wirklich, es ist wirklich ewig lange her, dass ich gelesen habe. Aber mich würde auch mal interessieren, wie das auf Leute wirkt, also vor allem der wissenschaftliche Kontext, wie das auf Leute wirkt, die wirklich zu der Vorlage überhaupt gar keinen Bezug haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass selbst die merken, dass das inhaltlich und so vom Themenspektrum her schon sehr eingedampft wurde. Ja, auf jeden Fall. Also beim Buchlesen selber hatte man schon so ein bisschen so diesen Aha-Effekt, wenn Schwätzing, Schätzing erklärt hat, warum, weswegen, warum. Gerade hier diese Sache mit dem Methangas und so in den Weltmeeren. Das war schon so damals so ein bisschen neu für einen, wenn man es gelesen hat. Er hat das auch relativ gut erklärt. Er erklärt ja viel. Das ist natürlich Stoff, das muss man mögen, wenn man Bücher liest. Aber für mich war das schon so ein Aha-Effekt. Aber hier in der Serie kommt das gar nicht so rüber. Manchmal wünscht man sich eigentlich, jetzt kommt mal eine plausible Erklärung, dann wird das aber nur in so einem Nebensatz kurz erklärt. Und zack, ist man schon wieder woanders. Man kann das gar nicht so lange realisieren. Dann ist man woanders. Oder man macht eben ganz billig, dass einer einen Stift oder eine Kreide in die Hand nimmt und was zeichnet. Ja, hat man die Lösung. Ich war im Moment auch mal überlegen, ob gleich jemand aus Interstellar reinkommt und einfach einen Bleistift durch ein Stück Papier schiebt oder so. In Gedenken an. Das verwechselst du jetzt mit dem Horizon mit der Rosenbrücke. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, da war es ja auch schon geklaut. Interstellar wäre die Geschichte gewesen, wenn der Hauptkast sich über das unterhält, was als nächstes passiert. Also so Expertise, einfach nur der Text nur aus Expertisen geschrieben wird. Das passiert jetzt und dann machen wir das und dann wird das geschehen. Das ist ja Interstellar, wie gesagt. Das ist aber generell Nolan, wenn er Dialoge schreibt. Die Serie gaukelt so ein bisschen Komplexität vor, wo sie eigentlich keine hat oder verklausulisiert das irgendwie durch ganz komische Szenenwechsel oder schnelle, keine schnellen Schnitt, aber dass man halt auf einmal immer woanders ist, dass der Zuschauer gar nicht richtig folgen kann. Und das macht es so kompliziert. Der Stoff selber, den bringen sie gar nicht so kompliziert rüber. Ja, der ist einfach sehr, sehr stark vereinfacht, was ja auch irgendwie ein bisschen verständlich ist, weil das Buch ist mitunter eigentlich relativ verklausuliert. Und man muss das natürlich auch irgendwie für ein Massenpublikum aufbereiten. Das ist ja auch in Ordnung. Ich hatte jetzt auch gelesen, Frank Dölger hat ja gemeint, dass er diese ganze Geschichte einfach ein bisschen charakterfokussierter erzählen will. Das beißt sich aber insofern, glaube ich, auch mit der Vorlage, weil wenn Frank Schätzing eines ist, dann ist er, glaube ich, nicht gerade der Typ für tiefschürfende Charakterzeichnung. Also habe ich zumindest so im Kopf oder ich weiß nicht, wie seht ihr das? Boah, das geht aber auch bei der Fülle von Charakteren nicht wirklich. Nein, das ist das Problem. Charakterist-Biologen Bormann heißt der, glaube ich, der wird hier ja komplett weggelassen, aber über den erfährst du halt auch viel, was so gerade den wissenschaftlichen Aspekt angeht. Das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich diese Einleitung mal vorwegnehme, weil ich glaube nicht, dass die erst doch relevant ist und zweitens so in der Serie auftaucht. Wo Frank Schätzing ein ganzes Kapitel, also mit einem Kapitel anfängt, wo er einen aus der Sicht eines Wasserpartikels beschreibt, wie er im Gletscher eben ist, irgendwo in, keine Ahnung, schieß mich tot, also auf einem Eisberg, wie der eben abtaut und der Partikel eben weiter wandert, so den Gletscher runterfließt bis in so einen kleinen Rinnsal, einen Bach. Und der wird dann in einen Fluss und der geht dann hoch in so einen Strom bis hin ins Meer. Und er beschreibt diesen Weg wirklich aus Sicht dieses Partikels. Und das ist zwar interessant für die Leute, die es interessiert, aber es kann dir auch, es kann dich auch dazu verleiten, dass du mal so ein bisschen vorspulst oder vorblätterst. Ja, nicht nur einmal. Ja, es ist nicht uninteressant, aber es muss dir gefallen, wie du auch eben schon meintest, das müsst ihr mögen, das musst du wollen. Ja, das ist so ein bisschen das Stichwort, was das Buch angeht. Und bei der Serie, ich bin ganz ehrlich, David hat es ja auch schon so ein bisschen versucht zu formulieren oder für sich aus formuliert, es packt mich einfach irgendwie nicht so. Also ich finde vieles sehr interessant und bei mir kommt so langsam das Buch wieder angeschwärmt im Kopf, aber so richtig anmachen tut es einen nicht. Und das liegt eben auch an dem Figuren-Ensemble, was einfach viel zu groß ist. Und da sind schon einfach seltsame Entscheidungen, David, was du gerade meintest, im Hinblick auf diese Charlie-Wagner-Figur, dass man da dann irgendwie mehrere Charakteren eingestopft hat. Aber das ist dann irgendwie auch der Einzige, ne? Ja. Also der Rest, ja. Was man vielleicht noch sagen kann, nur mal so im Anderes. Die Kritik von Frank Schätzing, die bezieht sich ja nicht nur darauf, dass es mehr pilchert, als dass es schwärmt, auch im Hinblick darauf, dass es halt eine ZDF-Produktion ist oder unter Beteiligung des ZDF. Sondern auch, dass das Ganze, ja, nicht so konsequent dem heutigen Stand der Wissenschaft angepasst wurde. Also es liegen ja nun mal zwei Dekaden zwischen der Veröffentlichung des Buches und der der Serie. Und in der Serie macht es sich halt bemerkbar, ja, man hat jetzt halt mehr Diversität in der Wissenschaft. Also halt auch ein anderes Verhältnis, was Mann und Frau angeht. Und das ist auch so weit in Ordnung eigentlich. Also weiß ich nicht, da klebe ich jetzt persönlich nicht so an der Vorlage. Weil es ist halt scheiße lange her bei mir. Aber was natürlich auch so, ja, die ganzen geopolitischen Entwicklungen angeht zum Beispiel, ne? Oder auch in der Meeresbiologie. Das heißt ja auch dann einmal in der Serie von einer Figur, die Tiefsee ist ja der Ort um uns herum, der noch weniger erforscht ist als das Weltall. Ja, das ist eine Frage, die geistert aber schon seit einigen Jahrzehnten halt rum. Die finde ich auch nicht mal unspannend, die Frage. Ist aber halt, das soll wieder so pseudophilosophisch klingen, weil es wird nicht weiter darauf eingegangen. Dieser Satz wird mal gesagt, ja. Ja. Aber der bleibt dann auch so im Raum stehen, so von wegen, da soll jetzt der Zuschauer mal kurz drüber nachdenken, so bedeutungsschwanger. Wie gesagt, das ist ein cooler Satz. Ja. Man kann auch drüber mal diskutieren. Aber das tun die Protagonisten hier nicht. Wie gesagt, das bleibt so im Raum stehen und der Zuschauer bleibt damit alleine und dann passiert wieder irgendwas anderes, wo du ein bisschen nicht so richtig weißt, alles klar, was mache ich jetzt mit dieser doch ganz gut klingenden Randinfo. Weil leider ist sie nur das. Ja, das wirkt so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen gewollt irgendwie auch, ne? Ja. Ja, Frank Schätzing ging es ja auch darum, dass er, er hat ja auch gesagt, vor 20 Jahren gab es noch kein Social Media. Es konnte sich also quasi zur Zeit des Buches oder wie er das im Buch beschrieben hat, auch nicht so stark die Welt erreichen. Und das wäre heutzutage, wenn man das in die Heutezeit, wie das ja die Serie macht, hinein verpflanzt, ja anders. Und das, das muss ich ihm recht geben, wenn heutzutage hier so ein Orca oder was auch immer Schiffe angreift und da sterben Leute und was weiß ich, was da nicht noch alles passiert, dann würde das ein, das gäbe ein Lauffeuer im Internet. Ja. Also das bleibt nicht geheim. Nein, nein, ganz besonders nicht in der heutigen Zeit. Ja, dieser Orca, der wäre jetzt wahrscheinlich schon der Hit auf TikTok irgendwie, also der am Strand eingespülte. Ja, aber andererseits gibt es eine Szene, in dem die Charlie etwas erfährt von ihrem Freund, der sie anruft, das war es glaube ich auch heute in Folge 3, und ihr etwas berichtet. Und dann geht sie ins Internet und da steht das schon. Und da habe ich mir auch gedacht, hä, also wie kann das sein, sie kriegt das gerade brühwarm. Aus erster Hand erzählt, das scheint noch nicht lange her gewesen zu sein, aber im Internet steht es dann schon als großer Bericht. Ja. Das fand ich dann auch wieder ein bisschen unruhig. Also die modernen Ansätze, die beschränken sich zumindest in den ersten drei Folgen bislang eher so auf Diversity und vielleicht, dass man ja, anstatt einen Anruf macht man jetzt halt einen Videocall. Das ist irgendwie so im weitesten Sinne das, ne. Da gab es auch eine Szene, die mich richtig gestört hat. Also die ist mir sofort aufgefallen. Also als sie diesen Videocall machen, ist einer dabei und tut ja so, als würde die Kamera ausrichten. Da langt er so nach oben, um die Kamera auszurichten, damit sie ihn richtig trifft für diesen Videocall. Und dann zeigen sie ja quasi das Serienbild. Und dann sieht man, A, da ist gar keine Kamera, die er hätte ausrichten können. Und B, der Monitor, auf den er schaut, ist viel tiefer als den Arm, den er gerade nach oben hat. Das sind also viele Fehler, denke ich mir. Also dafür kann ich 40 Millionen ausgeben. Ja, da ist schon, da ist schon was dran. Ja, da fiel mir auch was auf. Irgendwie auch ein merkwürdiger Perspektivenwechsel einmal. Ja, äh, zusammenfassend kann man sagen, ja, wir klingen alle sehr ernüchtert eher, ne. Ja, also es gibt eine Szene, die ich mir sehr, sehr geil vorgestellt habe und mir da, äh, Moby de Guest-Gescenen ausgemalt habe. Ich glaube, ihr wisst, was ich gemalt habe. Ja, mhm, ja, ja. Das ist dann so ein bisschen, ja, Hashtag-Zeitlupe. Also, ja, das, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt euer Ernst oder ist das einfach nur so dem Pressescreener geschuldet? Nee. Also mal gucken, wie das dann, ne, ach, das ist schon das Gesamtergebnis, ja? Gehe ich fest von aus, ja. Okay, na gut. Es ist nicht wie bei The Last of Us, wo, äh, ja, gut, da, äh, kann man natürlich auch sehr, sehr gerne in die Recaps reinhören. Recaps sind auch ein Stichwort, denn zu der Schwarm werden wir, äh, voraussichtlich keine machen. Wir werden aber, äh, sobald, äh, die, äh, Staffel durch ist, ein, äh, Staffel-Recap da zu veranstalten. Wer dabei sein wird, wird sich noch zeigen müssen. Wer, äh, der Schwarm regulär sehen möchte, ähm, ab dem 22. Februar ist sie, glaube ich, in der ZDF-Mediathek bereits verfügbar. Die große Serienpremiere wird am 6. März sein. Und das ZDF wird euch bis dahin, ja, zuschmeißen mit Zusatz-Content von gefühlten 1000 Terra-X-Specials. Äh, da freuen wir uns natürlich alle drauf. Zusammenfassend kann man sagen, ja, es ist noch ordentlich Luft nach oben. Ähm, wenn es, äh, äh, die erste von vier Staffeln sein soll, dann hat es jetzt schon irgendwie Schwierigkeiten mit dem Erzähltempo, was ja, äh, David auch schon meinte. Also, dass, ähm, die einzelnen Handlungsstränge irgendwie zu langsam und zu gemächlich sind, aber zwischen denen, also, es gibt zu viele von denen und zwischen denen wiederum wird zu viel hin und her gesprungen. Ähm, das ist ein ganz großes Problem des Pacings und ich habe so meine Zweifel, ob sie das in den Griff kriegen. Äh, ich werde es mir allerdings trotzdem noch weiter angucken. Ähm, allein schon, äh, weil wir, äh, das Staffel-Recap machen, mal gucken, wann das erscheinen wird. Soweit ich weiß, äh, kommen ja die letzten beiden, äh, Finale-Episoden, äh, einen Tag vor der regulären Ausstrahlung in die Mediathek. Ich glaube, am 8. März, ne? Ja, ich meine auch, ja. Genau. Äh, mal schauen, ob wir uns dann da vielleicht schon zusammenhocken und darüber reden. Äh, da kann ich dann auch schon mal sagen, das wird ein reiner Spoiler-Cast. Wir haben das hier ja versucht, jetzt relativ, äh, Spoiler-bereinigt vorzutragen. Äh, da wird alles knallhart weggespoilert. Also, äh, wenn ihr, äh, dann die Serie gehört habt, dann hört wirklich erst ab dem Punkt rein. Ansonsten, ja, könnt ihr uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr euch trotzdem noch auf die Serie freut. Und habt ihr das Buch gelesen? Äh, was sind so eure Eindrücke von den Trailern? Oder aber, wenn ihr das zum Zeitpunkt, äh, wo ihr das hier hört, vielleicht schon gesehen habt, was sind so eure Eindrücke? Gedanken hat es euch vielleicht deutlich besser gefallen. Sind wir zu kritisch? Sind wir zu nachlässig? Lasst uns das gerne wissen, ob nun eben beim YouTube-Upload oder auch auf teleminostammtisch.de. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, und damit würde ich sagen, beschließen wir das hier, äh, fürs Erste, äh, und, äh, begeben uns zurück in den Schwarm. Äh, Torben, David, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, äh, in welcher Konstellation, äh, wir dann noch mal über die Staffel als Ganzes reden werden, beziehungsweise Serie. Wer weiß, ob es dann bei einer Staffel bleibt oder nicht, das werden wir sehen. An euch, äh, auf jeden Fall recht herzlichen Dank und da draußen natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. So, das war einmal zu viel und damit war, würde ich sagen, sind wir raus, macht es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.